Kannst du dich denn noch an irgendwas erinnern? Schmerz. Nicht als Schmerz. Ich bin hier aufgefacht. Wir wurden angegriffen. Wer hat angegriffen? Nicht wer, was. Los, lauf! Die Maschinen machen gnadenlos Jagd auf jeden. Ich hab alle verloren. Siehst du, irgendjemand kämpft da draußen. Der US-Stützpunkt im Norden, wie weit ist der weg? Ich will, dass du mir hilfst. Auf diesem Stützpunkt wirst du nur eine Menge Leichen finden. Hättest du Kameraden auf dem Stützpunkt, würdest du alles tun, um zu ihnen zu kommen. Ich glaube, sie sind da. Ein Drohnenangriff und keiner weiß von wo. Sie müssen einen Schwachpunkt haben. Etwas, das wir gegen sie verwenden können. Amerika ist zerstört. China, Europa, alles weg. Wir könnten die letzten Überlebenden sein. Wir müssen das tun. Für die gesamte Menschheit. Und los, 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 los. Leben heißt kämpfen. Kämpfen heißt leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017